Oh Sumina, hier ist wieder Nindo Freak Fail Original oder Nindo Fail Original oder Nindo Freak Ophagial oder Failedo Freak Original Nennt mich Nindo Das ist der letzte Kampf, den ich euch zeige, den ich richtig mache und dann wird gecuttet, das heißt dann werde ich so oft aufnehmen bis ich ihn habe und werde euch nur den Kampf zeigen, den ich gewinne Und ich weiß, ich sage den Satz nach jedem Aufnahmestart, aber ich muss erst wieder reinkommen Ja Ich weiß, ich hätte ihn noch angebildet Bäm, ich kann ja nicht angreifen, wenn ich, äh, 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 hab Ich weiß, ich vergesse es Ich weiß, dass ich noch sehr viel Prügel von dir einstecken muss, mein Freund Timing Extrem schwul, entschuldige Freak Nya, nya, nya Nya, nya, nya Das bringt mir nicht viel, denn er steht bei 3 auf und die erste Runde überlebe ich und dann bin ich tot Das Übliche, Leute Ihr habt schon gar keinen Spaß mit mir dabei zuzugucken, aber Ist mir wurscht, denn Ich habe keinen Entscheiden Nein, nein Ist das eigentlich der Dreamland Express? Ich habe keine Ahnung Ich weiß, es gibt einen Dreamland Express Aber ich weiß nicht, welcher Attacke das ist Vielleicht ist das auch wieder Super Macho Man Schlag Einfach sein super extrem cooler Schlag, der sofort tötet Und das wäre bei ihm das so Nya, nya, nya Nya, nya Nya Uer, Tom Klaus Auges, bin toll Was, wie viel Kraft habe ich, ich hab' nicht geguckt Nya, nya, nya Nya, nya Nya, nya Nya, nya Nya, nya Nya, nya Nya, nya, nya Nya, nya, nya Ich hasse dich, tut mir leid, es ist nichts Versöhnliches, du gehst mir nur auf den Sack. Ja, Aufladen brauch ich nicht. Mechschild, ganz glichschilder, ich sterbe. Dreh der jetzt schon durch? Nein, nein. Wie so ein Opa, ne? Nö. Hey. Hey! Fuck. Komm schon! Nein. Achso, ich musste ausweichen. Ha, Reflex, gut. Gut. Gut gemacht, Nendo. Falsch gemacht. Möbididididi, Möbididi. Weil, wenn ich wirklich bis zur dritten Runde überleben, dann wäre immer noch das Problem, dass er nach Punkten siegen würde. Ja, komm. Am Arsch! Okay, ähm. Der letzte Kampf, den ihr mit ansehen konntet. Jetzt wird aufgenommen, wie blöd. Bis ich gegen ihn gewonnen habe. Jupp. Hab' ich nicht gehört. Don't cry, Mac. You can't retire. Give it another shot, bitch. Hm? Also, vielleicht schaffe ich es diesen Part noch. Oder vielmehr diese Aufnahmesession. Ich kann jetzt eine Stunde aufnehmen und ihr seht auch nur zwei Minuten, äh, fünf Minuten. Entweder wird er noch in diesem Part niedergestreckt. Er wird in diesem Part noch niedergestreckt. Leute, diesen Part werde ich gegen ihn gewinnen. Oh, what the hell? Was ist der Hölle? Hä? Was war das? Was zur Hölle? Hä? Was zur Hölle? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Was? Jetzt war ich total perplex. Warte, 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 warte. Äh, 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 gruseliges Gesicht. Okay, ähm, ein Versuch. Ein letzter Versuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh verdammt kacke Oh kacke, oh kacke Oh kacke, 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 oh kacke oh kacke, oh kacke oh kacke oh kacke, oh kacke, oh Hehehehe! 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 You did it! You're the best of the best! The World Circus! Yeah! Uh! Uh! Leute! Oh! Ach du Scheiß! Ach du Scheiß! Guckt euch das an! Hahaha! Was kann ich hier machen? Was war das noch gleich? Hallo? Hey! Hey! Schlag zu! Alter! Wie mach ich das? Kapier ich nicht! Ich weiß nicht, was ich hier tun muss! Ist wurscht! Ich drück einfach die ganze Zeit A! Jetzt krieg ich keine Punkte! Kann ich hier... Ich... Null, 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 null! Ah! Okay, jetzt kapier's! Also! 20 Minuten, wenn ihr es wissen wollt, hab ich gerade aufgenommen! Und... Und... Diese 20 Minuten... Nach diesen 20 Minuten hab ich's dann endlich geschafft! Ich hab keine Ahnung, was das hier soll! Ähm... Nach 20 Minuten hab ich's dann endlich geschafft! Ähm... Sandman zu besiegen! Tut mir leid! Ich bin grad total abgelenkt! Ich bin total aufgelöst! Ist das geil, Leute! Ich hab's ja schon... Das war Arbeit! Wieso war das Arbeit? Ah, wir müssen die... Du bist falsch! Jade Johnson... Nein, der ist richtig! Da, das A ist falsch rum! Oh nein! Ist das geil! Ist das geil! Wir haben's geschafft! Ich weiß, ich bin ein Idiot! Aber das ist mir sowas von egal! Ähm... Wer ist denn hier noch falsch? Da haben wir... Äh... Owen Wiggis! Ich hab grad Owen Wilson gelesen! Leute, das war vielleicht eine Arbeit! Nach 20 Minuten! Der eine Kampf lief... Gut! Hab ich den euch gezeigt? Äh... 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 Ja, ich werd ihn euch zeigen! Nein, ihr habt ihn ja grad schon gesehen! Irgendwas red ich da für einen Scheiß! Ähm... Jenny! Jenny Tyson! Okay, die spricht Disco-Kid! Okay... Ähm... Ja... Episch! Ich hab's geschafft! Aha! Shigeru Miyamoto! Ähm... Ist auch dabei! Ähm... Ähm... Ja... Der gesamte World Title Defense! Wir sind jetzt Welt... Champion... World Champion... Und... Ja... Episch toll! Total toll! Ah... Ich verstehe! Man haut das... Und die machen dann die Punkte draus! Kapische! Ich find das toll! Ich find das einfach toll! Endlich geschafft! Ich weiß auch nie, was ich jetzt sagen soll! Denn das Spiel geht eh weiter! Pff! Und ja... Sanchez! Heißt Sanchez nicht Bart? Ist ja nun gestatt! Disco-Kid. Wann steht hier überall? Disco-Kid. Ich will Namen zerstören! Mad, 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 Mad... Mad, Mad, Mad... Mad, Mad, Mad... Ja, es ist völlig... Jesus! Jesus Christ! Das war's. Endlich. Hoffentlich. All rights included in the copyright of game, scenario, music, and program, observed by Nintendo. Ja, ich score einen Staff Credits, die keine Sau braucht. Oh, epischer Bass, meine Kopfhörer vibrieren. Ja, Weltchampion, wir sehen uns im nächsten Part. Und da hört die lange Weile auf. Johnny, oh ho ho.